Moin! Willkommen in Delitsch! Am 6. Juni 2024 war der ICE 506 auf dem Weg von Leipzig nach Hamburg. Er musste hier aus technischem Grund außerplanmäßig eine Drehfahrt durchführen. So fuhr der Zug zuerst über die südliche Kurve zur oberen Bahnstrecke und zum Güterbahnhof. Der Lokführer ging dann zum anderen Führerstand, und der Zug fuhr über die nördliche Verbindungskurve zum unteren Bahnhof und weiter in Richtung Berlin. Diese Strecke bekommt man als Fahrgast nicht so oft zu sehen. Der Zug fährt nun auf der südlichen Kurve und verlässt die Strecke Leipzig-Berlin. Im vorderen Führerstand war laut Durchsage des Personals die Klimaanlage ausgefallen. Und da kann es bei der großen flachen Frontscheibe des ICE 4 an einem sonnigen Tag sehr heiß werden. Langsam steigt die Verbindungskurve an. Im Hintergrund werden die Gleise der oberen Bahnstrecke von Eilenburg nach Halle sichtbar. Wir kreuzen die Leipziger Straße. Schließlich erreicht der ICE den Güterbahnhof. Röderbahnen 4 5 5 5 6 8 7 9 10 Ab hier habe ich auf der anderen Seite des Zugs gefilmt. Wir sehen also jetzt nach Süden, in Richtung Leipzig. Wir sehen also jetzt mit Die Verbindungskurve führt nun abwärts und biegt nach Norden ab. Die Verbindungskurve führt nun abwärts und biegt nach Norden ab. Unter Grund liegt das Gebäude des oberen Bahnhofs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir fahren auf die Strecke Leipzig-Berlin und fahren durch den unteren Bahnhof. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017